Ja, ganz herzlich willkommen. Helene Bukowski ist Autorin, klar, also Milchszene war ja dein Debüt beachtet, dann aber auch Filmemacherin. Hat also auch mit Film zu tun, dokumentarischem Bereich bisher. Finde ich eine schöne Kombination natürlich. Und dein neues Buch schlägt eine ganz interessante Seite auf. Also ich glaube, gelesen habe ich sowas noch nicht, und ich habe auch einen Film gesehen, also so einen Blick auf die Soldatin, um das mal auf ganz einfache Weise zu beschreiben, die ja wieder zurückkehrt ins Leben, nach wie vielen Jahren? Also Zivilleben, sagen wir es mal so. Es hat sich sehr viel geändert seitdem. Das sind immer die schönen Augenblicke bei diesen Gesprächen, weil eigentlich nichts mehr stimmt von dem, worauf ich mich vorbereitet habe. Aber das Soldatenthema ist noch da. Es geht um zwei Frauen, die sich bei der Grundausbildung der Bundeswehr kennenlernen und dort eine Freundschaft beginnen. Die Hauptfigur Lisbeth hat auch eine Hautkrankheit, ist ähnlich wie eine Neurodermitis, bei der aber die so ein bisschen stärker ist. Also es ist nicht nur Umwelteinflüsse, die ihre Haut schädigen, sondern auch Stimmungen und andere Menschen. Und sie entschließt sich darauf hin, dass sie sich so abhärten muss und so von der Welt abkoppeln muss, dass sie zur Bundeswehr geht. Und dort lernt sie die Kriegerin kennen. Wir kennen sie wieder. Ein bisschen, aber das finde ich auch immer schwierig natürlich bei so Stipendien. Man muss im Vorfeld was sagen, was man da macht. Und dann ändert sich doch nochmal einiges. Das passiert wirklich andauernd und ist völlig normal, dass es sich weiterschreibt. Und ich bin dankbar, wenn bestimmte Konstellationen auftauchen, wie jetzt hier die Soldatin, und kann es total verstehen. Es ist ja auch der Reiz natürlich beim Arbeiten, dass man nicht nur einem Plan folgt. Ich glaube, manche Autoren sind da anders. Die wissen ja sehr konkret, was sie machen. Aber bei mir dauert das immer sehr lange, bis sich dann herausschält, wo ich eigentlich hin will. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute sagen, die Hauptfigur gibt es gar nicht mehr. Die stürzt auf der ersten Seite und es ist doch nicht Paris, sondern London. Egal. Wir haben Lisbeth. Anders als in deinem ursprünglichen Konzept erleben wir sie sozusagen auch im Soldatinnenalltag. Also der Ausbildung all dessen, was wir ja nicht automatisch nach wie vor nicht mit Frauen verbinden. Ja, also genau. Sie bricht dann aber die Grundausbildung ab. Also es ist nur ein kleiner Teil. Aber die Freundin, die Kriegerin macht das weiter und deren Alltag wird auch noch geschildert. Also die hat dann auch Einsätze. Und genau, in die Richtung geht es auf jeden Fall so ein bisschen. Und was hat dich daran auch interessiert, also an Frauen in der Bundeswehr? Also ganz allgemein mal gesagt. Ich habe noch nichts dazu gefunden und mich interessieren immer E-Bereiche, wo Frauen vielleicht nicht so vorgesehen sind. Und ich habe selber, wusste sehr wenig einfach darüber. Und glaube ich, angefangen hat es aber mit eigentlich einer Fotografie von einer israelischen Fotografin, die zwei Soldatinnen fotografiert hat in Israel aber. Und ich fand dieses Bild so interessant, diese Frauen in diesen Uniformen. Und daraus hat sich dann aber so ein eigenes Interesse an Bundeswehr in Deutschland entwickelt und habe sehr viel dazu recherchiert und gedacht, okay, daraus würde ich gern einen Roman machen. In Israel ist das natürlich der Alltag. Genau, da müssen die ja auch. Wird eingezogen. Ja, dann hören wir mal hinein. Also der Titel war bisher die Krankheit der Kriegerin. Genau, es wurde jetzt verkürzt, es ist nur noch die Kriegerin. Ich habe das heute meiner Schwester vorgelesen und die hat mir gesagt, dass ich eine Triggerwarnung vorweg sagen sollte. Es geht nämlich um sexuelle Gewalt. Genau. Ach so, ich muss das vielleicht auch mal so... Es passierte am helllichten Tag. Schon allein diese Tatsache kam Lisbeth absurd vor. Sie hatte gelernt, dass Vergewaltigungen eine Sache waren, die in der Nacht stattfinden. In Seitenstraßen, in der Dunkelheit. Dass es Fremde waren, die einem auflauerten auf dem Weg nach Hause von einer Party in einem abgelegenen Viertel einer Stadt. Der Raum aber, in dem sie zu Boden gebracht wurde, war lichtgeflutet. Eines der Fenster war angekippt, sogar Vögel waren zu hören. Blaumeisen, sie tobten in einem nahestehenden Baum. Lisbeth war noch einmal zur Kaserne zurückgegangen, weil sie ihre Sonnenbrille vergessen hatte. Die Bäume blühten bereits, die Temperaturen waren seit einer Woche schon fast sommerlich. Sie hatten viel geschwitzt in ihren Uniformen. Jetzt genoss Lisbeth die Leichtigkeit ihrer eigenen Kleidung. Das Gebäude war an diesem Tag vollkommen ausgestorben. In den Gängen begegnete ihr niemand. Auf der Stube fand Lisbeth ihre Sonnenbrille unter das Bett gerutscht. Sie setzte sie auf und verließ den Raum. Als sich ihr plötzlich im Gang einer der Feldwebel in den Weg stellte. Sie kannte ihn, hatte ihn schon öfter beim Kartenspiel im Mannschaftsheim gegen ihn gewonnen, wusste sogar, wie er tanzte. Wenig Bewegung, dafür ein gutes Taktgefühl. Sie hielt es zunächst für einen Scherz, lachte und wollte sich an ihm vorbeischieben. Aber er verzog keine Miene und packte sie am Oberarm. Sein Griff war fest, er wirkte routiniert. Mit seinem Körper drängte er sie vom Gang durch eine Tür, scharfkantig fiel das Sonnenlicht durch die Fenster. Was ich sonst noch in diesem Raum befunden hatte, konnte Lisbeth später nicht mehr sagen. Die Helligkeit war das Einzige, was blieb. Lisbeth wollte sich wehren, aber ihr Körper gehorchte ihr nicht. Sie zwinkerte, merkte, wie alles taub wurde. Lautlos brachte der Feldwebel sie zu Boden. Es gelang ihr nicht, um Hilfe zu rufen, sich zu befreien, ihn von sich zu schieben, niederzustrecken, niederzuschlagen, bewusstlos zu treten, umzubringen. Ihr Körper kam ihr vor wie ein weicher Schwamm. Das Eindringen war einfach möglich, nichts an ihr leistete Widerstand. Eine Soldatin, die sich nicht wehrt, sagte der Feldwebel, als er fertig war. Er setzte ihr die Sonnenbrille wieder auf, die währenddessen heruntergefallen war und ging davon, als wäre auch das nur ein Kartenspiel gewesen, bei dem er gegen sie gewonnen hatte. Lisbeth blieb liegen, sah, wie das Licht wanderte, roch das Scheuermittel, mit dem der Boden gereinigt worden war. Von den Stiefeln des Feldwebels war Sand zurückgeblieben, als feine Spur lag er auf dem glänzenden Linoleum. Lisbeth erzählte der Kriegerin erst nach ein paar Tagen davon. Sie saßen auf einem Sandhügel und tranken Dosenbier. Lisbeth war schweigsam, die Kriegerin scherzte, alberte herum, plötzlich hielt es Lisbeth nicht mehr aus. Sie packte sie bei den Schultern und schlug ihr ins Gesicht. Überrascht schaute die Kriegerin sie an. Blut tropfte aus ihrer Nase, verschmierte ihr die Zähne, kleckerte in den Sand. Was ist denn in dich gefahren, fragte sie und kramte in ihrer Jacke nach einem Taschentuch. Lisbeth reichte ihr eine ganze Packung. Dann begann sie zu erzählen, ohne die Kriegerin dabei anzusehen. Sie entschied sich für das Wort Übergriff und schilderte sachlich, wie sich alles zugetragen hatte. Er hat dich vergewaltigt, sagte die Kriegerin. Lisbeth spürte das Ausrufezeichen, das sie hinter diesen Satz setzte. Und plötzlich war sie froh, dass das Wort ausgesprochen worden war. Du musst ihn melden, Lisbeth schwieg. Willst du ihn wirklich damit davonkommen lassen, fragte die Kriegerin und Lisbeth bemerkte, dass sich ihr Blick verändert hatte. Es ist keine große Sache, sagte sie schnell. Sie wechselte das Thema, die Kriegerin ließ es zu, Am Hang des Hügels wuchs noch vom Winter trockenes Gebüsch, die Zweige wie Porzellan, hell und zerbrechlich. Am Ende waren sie so betrunken, dass sie nur auf allen Vieren den Sandberg hinabkamen, in das Gebüsch stürzten, dessen Äste nachgaben und brachen. Eine Woche später kam die Kriegerin mit dem Hund an. Lisbeth saß in ihrem Auto, das auf dem leeren Parkplatz des Supermarktes stand. Es dämmerte bereits. Was soll das? fragte sie, als die Kriegerin vor der geöffneten Tür des Autos stehen blieb und die Leine um ihre Hand wickelte. Das ist sein Hund. Verständnislos sah Lisbeth sie an. Der Hund des Feldwebels, sagte die Kriegerin. Bist du übergeschnappt? fragte Lisbeth. Aber die Kriegerin grinste nur. Sie öffnete den Kofferraum, klopfte auf den Boden, der Hund sprang hinein und sie schloss die Klappe. Mit einem zufriedenen Seufzer ließ sie sich neben Lisbeth auf den Beifahrersitz fallen. Jetzt fahren wir in den Wald. Die Kriegerin hatte alles bis ins Detail geplant. Sie gab Lisbeth genaue Anweisungen, sagte ihr, wo sie parken sollte und lotste sie und den Hund einen schmalen Weg hinein in den Wald bis zu einer Lichtung, an dessen Ränder dicht die Haselnusssträucher standen. Dort, im letzten Licht, kramte sie in ihrer Tasche und holte eine Pistole heraus. Dankeschön. Vielen Dank. Da drängt sich für mich die Frage auf, bei diesen beiden Frauen noch dazu, wenn eine die Kriegerin genannt wird. Die gab es ja von Anfang an. Sind das auch unterschiedliche weibliche Strategien, um in so einem System zu bestehen? Das schien ja jetzt gerade auch so, dass sie dann beide sehr unterschiedlich rangehen. Ich glaube, sie sind eigentlich erst mal sehr ähnlich und deswegen lernen sie sich auch kennen und freuen sie sich an und verbünden sich auch und machen so eine Schwesterschaft auf. Aber ich fand dann spannend, darüber hinaus sozusagen erzählen, was passiert danach, weil dieses Scham-Ding bei Vergewaltigung ja oft ein Thema ist und dass diese Frauen, die halt sich versuchen, in dieser Männerwelt zu behaupten, dann das natürlich für sie wie so ein Makel ist, etwas, was sie wieder schwach werden lässt und das ist eine Dynamik, die ich so ein bisschen dann im weiteren Verlauf erzählen will zwischen diesen beiden Frauen, und dass halt die Kriegerin nicht so gut damit umgehen kann, dass dieser Vorfall, also ja, dass Lisbeth es zugelassen hat, vergewaltigt zu werden, weil, ja. Also es bringt mich zur letzten Frage, weil, nee, nee, ich glaube, haben wir schon verstanden, was du meinst. Zur letzten Frage, weil wenn von Armee erzählt wird, bei Männern sind es ja oft so Männerbünde, so eine verschwitzte Gemeinschaft in irgendeiner Weise und du findest hier vielleicht einen neuen Zugang, also auch wenn es jetzt in Frauen ist es ein Frauenbündnis in diesem System? Genau, es ist erstmal ein Frauenbündnis, aber trotzdem glaube ich, dass es, also das, was ich auch beobachte in der Welt, dass es hier passiert, dass Frauen sich halt nicht verbünden, sondern denken, sie sind dann als Einzelkämpferin da und müssten das alleine durchstehen und sich diese Härte auch zulegen, die diese Männer an den Tag legen und genau diese Diskussion, also darüber wollte ich einfach erzählen. Ja. Die Kriegerin. Die Kriegerin. Danke dir ganz herzlich. Danke auch. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.